Hallo, AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco. Hallo, ich bin der Micha. Und das ist ein US-Geldtransporter, ein ganz schön massives Ding. Ein Bluebrick Special. Aus der 1 zu 18 Serie. Jawohl, grob im Maßstab 1 zu 18, wie jede Menge Autos und Vans und Camper und so weiter, die dort hinten stehen. Richtig. Ein Geldtransporter. Ein Geldtransporter, der? Geld transportiert. Geldtransportiert und auch relativ stabil und einbruchsicher aussieht, wenn man nicht gerade mit sehr schwerem Gerät anrückt. Ich hoffe, der ist auch stabil und bruchsicher. Der ist ziemlich stabil. Welche Teile hatte der? Er hat 1025 Teile. Der muss stabil und bruchsicher sein. Der muss stabil und bruchsicher sein. Gucken wir ihn uns mal an. Bitte. Hier vorne ist er extrem stabil und bruchsicher. Das ist ein Block. Das ist Block. Das ist Blockbauweise. Hier ist diesmal kein Motor. zum Aufklappen. Aber ansonsten hat er eine Inneneinrichtung. Also wir haben hier Türchen. Türchen. Türchen kann man aufmachen. Ja, dann drehen wir doch auch schon mal in die Richtung so ein bisschen. Ja. Kann man gleich noch genauer sehen, weil man einen Teil des Dachs abnehmen kann. Das ist cool. Nochmal kurz einmal rund hier. Vorne der feste Block. Vier Räder. Was ist ganz gut? Was ist ganz gut? Passt. Die sind wirklich diese schwarzen. Vier Räder und sechs Reifen. Also das ist der hat hinten Doppelbereitung. Der kann quasi eine Tonne Gold oder zwei transportieren. Ich wollte gerade sagen, mit nur Scheinchen? Der kann auch ordentlich Münzgeld. Genau. Und Stangen. Okay. Der kann was transportieren. Was ja viele auch nicht wissen. Gold ist ja verdammt schwer. Also Periodensystem, hohe Ordnungszahl, bla. Gold ist sehr schwer. So ein Barren Gold ist wohl schwerer, als man denkt. Und als es auch in vielen Filmen gezeigt wird. Wenn ich so mit einer Hand irgendwie so die Goldbarren nehme, das ist eigentlich eher so. Blei ist auch schwer. Ich würde jetzt im Klaus gehen. Woher weißt du, wie schwer Gold ist? Ich habe das mal auf YouTube in irgendeiner Sendung gesehen, bei der es um sowas ging. Ich habe keinen Goldbarren. Nee. Das heißt doch, mein Opa hat mir mal als Kind einen Goldbarren geschenkt. Aber der war so ganz winzig. Das war schon so eine halbe Unze oder sowas drauf. Das war sowas, bei der Volksbank, so ganz süß. Ja, bei uns ist es auch schon 900 Euro oder sowas. Ja, war es noch weniger. Es war halt wirklich winzig. Es war auch nur so hoch. Das war eher wie ein Schmuckstück. Ja, ja. Egal. So, jetzt wieder jetzt hier. Wir sind ja hier, ne? Genau. Und überhaupt. Bleiben wir zu tun. Es gibt hier Türen. Die machen wir mal auf. Dicke Türen. Dicke Türen. So. Und hier kann man reingucken. Man sieht aber nicht so viel. Deswegen machen wir hier oben einfach mal auf. Ach, guck mal. Das ist ja... Erstmal für dich. Ja, aber das ist natürlich ein Problem. Wenn das irgendein Gangster mitkriegt, dass das Dach da oben so wegzuhebe ist. Ja, das hätte ich kommen sehen müssen. Das haben die Transporte nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Das ist ein Cabrio. Das ist wieder nicht zu Ende gedacht. Gedacht. Oh. Weiter. Okay. Wie das viel Spaß beim Bauen. Bei dem, bei unserem, ja. So, jetzt. Also, Geld als Brate. Also, Regal drin. Mit Geld. Geldsäcke. Goldbarren. Gell? Noch was? Ja. Nee, Goldbarren. Silberbarren hier noch. Silberbarren, ja. Schöne Sitze. Die Sitze sind doch schön, oder? Guck mal, das sind mal richtige... Ja, die Sitze sind klar. Bequeme Sitze, solche Sitze. Ja. Nicht schlecht. Ja, so stelle ich mir so einen Geldtransporter auch innen vor, muss ich das sagen. Ja. Erinnert mich auch so ein bisschen, gut, nur mit den Regalen, aha, ein bisschen an so einen UPS-Paketdienst, wie auch immer, Transporter. Oder ich habe die mal ein paar Monate lang als Studentenjob beladen morgens um halb fünf. Ernsthaft? Ja. Das war... Da hast du aber noch einen Saft gestanden, oder? Da habe ich noch ein bisschen weniger gewogen. Und ja, dann... Ich hatte am Anfang Rückenschmerzen, später nicht mehr. Hast du keinen Rücken mehr gespült, oder? Nee, du baust einfach Muskulatur auf. Es geht nicht anders. Ganz automatisch. Ja, aber das ist ja mal ein cooles Ding. Also, ich weiß nicht, auf was er mich erinnert. Das ist... Und ich weiß auch nicht immer, ob das so ein typischer US-Geldtransporter ist. Ja. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie verbinde ich den mit dem Panzerknackert. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich sieht das Auto auch komplett anders aus bei dem. Ja, ja, ja. Aber aus irgendeinem Grund kommen die mir bekannt vor. Aber du hast da was, was da zu sich gut eignet. Einen Stigelbogen von uns hergestellt, den man nutzen kann, und wenn man das möchte, ist extra zu erwerben. Genau, liegt dem Set nicht bei. Das mag nicht jeder. Sieht ja auch so schick aus. Aber wer möchte, kann den... Safeguarding way... Valuables. Mit Laserbele, wenn das nicht passiert. Ja, also Güter, wertvolle Güter. Radio Dispatched. Klar, also quasi das Ding wird per GPS getrackt. Man weiß immer, wo er ist. Das soll halt auch Leute davon abschrecken, ihn zu knacken, also ihn anzugreifen. Und die Fahne einmal so, einmal so, damit die Fahne quasi immer nach hinten weht, damit du auf dieser Fahrzeugseite das so anbringst. Ja, aber die weht doch gar nicht, die geht da drauf. Nicht zum Reißabt. Das ist, hat man uns auch gesagt, mal bei US-Feuerwehren und so, es wird meistens so dargestellt, dass die Fahne quasi nach hinten, weg von der Fahrtrichtung weht. Weil hier ist ja quasi die Stange. Ja, ja, das ist klar. Die Sterne sind immer vorne. Auf der anderen Wagenseite hast du es dann so. Man könnte ja eigentlich sagen, dass das hier spiegelverkehrt ist, aber nicht, wenn du es auf der rechten Wagenseite anbringst, weil dann siehst du die Fahne quasi von der anderen Seite, sie weht auch nach hinten. Das ist nicht immer so. Es gibt auch Fahrzeuge, bei denen ist es halt quasi hier auch so. Also so. Aber... Ich kann mich wucke. Ja, ich bin gerade auch ein bisschen verwirrt. Kommen wir lieber mal zur Setcard, wo ich mir noch mehr und so erzähle. Das ist der US-Geldtransporter. Ein Bluebeek Special mit der Nummer 104-374. 1.025 Teile für 49,95 Euro. 25 Zentimeter lang, 12 Zentimeter breit, 13 Zentimeter hoch. Komplexität. Ich würde sagen, guter Durchschnitt. Und wir haben ein... Oh, jetzt war es cool. Entschuldigung, wir haben mit der Nummer 401-292 noch den Stickerbogen dazu, der in so einem formschönen Umschlag versandt wird, falls ihr ihn dazu bestellen wollt. Die Klemmkraft bei der Tür ist ganz schön... Die ist schon... Okay, und wir haben Türen mit hoher Klemmkraft. Das ist ja auch ein Geldtransporter, da sollen wir nicht so einfach reinkommen. Ich habe noch... Ich stelle dir jetzt mal noch eine Frage, die du mir nicht beantworten kannst. Okay. Warum heißt denn da so eine rote Noppe? Das liegt daran... Das liegt an der Bauweise dieser Tür. Wir haben... Wenn man diese Tür auch drei Noppen breit gebaut hätte wie diese, würde es im geschlossenen Zustand zwar perfekt passen, ging aber nicht auf, weil die beim Öffnen kollidieren würden. Deswegen muss diese Tür ein bisschen schmaler sein. Zwei Noppen und zwei Plates. Also eine Plate und eine Fliese. Die Fliese kann man wegen der Fenster nur hier unten... Also diese beiden Teile kann man nur hier unten anbringen. An diesem Ding hier. An diesem... Ein Brick und zwei Plates hohen Element. So. Und wenn das Element ganz unten ist, dann kannst du... Diese Hinge Plate hier nicht so anbringen, dass sie nach da geht. Da ist kein Platz. Die Hinge Plate muss nach innen gehen. Die muss quasi um 90 Grad abbiegen. Deswegen guckt da diese Noppe raus. Diese Tür ist auch nicht so stabil wie die andere. Definitiv nicht. Aber wenn du sie jetzt zumachst... Ist alles bündig. Und du kannst diese Tür auch zumachen, ohne dass es eine Kollision gibt. Und du hast hier in der Mitte jetzt halt einen kleinen Spalt. Entweder du hast einen Spalt und die Türen gehen auf. oder du hast keinen Spalt und du kriegst die Türen nicht auf. Du hast mich wieder überzeugt. Dass du jetzt wusstest... Also es war jetzt kein Spaß. Ich habe jetzt echt mich gewundert, warum ist diese eine Noppe da? Du weißt es. Geht an der Stelle nicht anders. Warum machst du das? Weil ich das Set vor dem Video in den Fingern hatte und mich auch kurz gefragt habe, was macht das da? Hab drauf geguckt und okay, geht nicht anders. Okay, du warst jetzt gar nicht spontan schlau, sondern du hast schon vorgebaut. Schlau. Ja. Okay. So ist es. Fein. Ja. Geldansworte. War es das für heute aus dem Noppenstab... Ah, ein kleines Detail noch. Guck mal hier. Siehst du das? Dass dieses Trans Orange so ein ganz bisschen raussteht hinten. Siehst du das? Dass es so ein bisschen erhaben ist. Das sehe ich, ja. Das ist auch cool gebaut. Möchte ich dir zeigen. Das sind... Vor allem ist es halt auch sehr, sehr original gedreut, dass da oben diese Lichterreihe ist. Und dass sie so ein bisschen raussteht, finde ich toll. Ah, okay. Das geht... Weil? Wir haben hier Fliesen. Okay. Und die Fliesen, die stoßen hier hinten gegen eine Seitennoppe eines schwarzen Bricks. Deswegen ragen die so ein ganz kleines bisschen raus. Die Fliesen kannst du auf einer einzelnen Noppe aber festigen, wie du willst. Du kannst sie ein bisschen schieben. Und die sind aber hier hinten arretiert, damit du sie nicht ganz reindrücken kannst. Und die stehen so ein bisschen raus. Das heißt also, die Fliesen da drauf mal ist kein Problem. Das kann man ja sowieso. Nur dadurch, dass wir diese 1x2 mit dem seitlichen Noppe haben, sind die auch alle fest. Die sind alle auf der gleichen Höhe. Und du musst nicht so Pi mal Daumen. Und du kannst nicht versehen dich dagegen kommen. Und hast sie da reingedrückt. Die sind fest so. Das ist eine sehr coole Bautechnik. Sehr clever. Muss man sagen. Jawohl. Okay, Marco. Ja. Dann war es das für heute aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Demix gibt es noch mehr. Wir wünschen viel Spaß beim Bauen. So ist es. Macht es gut. Ein Geldtransporter. Ein amerikanischer. Und die Flagge Wehen auf der Tür habe ich auch gelernt jetzt. Ja.